Ja, das ist der WSV, in den Farben rot und blau. Ja, das ist der WSV, und wir unterm Bauernwand legen wir die Gegner lach, die das Spiel so gut erkannt. Ja, das ist der WSV, in den Farben rot und blau. Ja, das ist der WSV, und wir unterm Bauernwand legen wir die Gegner lach, die das Spiel so gut erkannt. Das erste Tor gefallen ist, die Stimmung ist nun groß, denn unsere Elfte WSV spielt heute tadellos. Der Gegner ist schon abgesetzt, das zweite Tor gelingt. Die Stimmung immer größer wird, und jeder mit uns singt. Ja, das ist der WSV, in den Farben rot und blau. Ja, das ist der WSV, und wir unterm Bauernwand legen wir die Gegner lach, die das Spiel so gut erkannt. Ja, das ist der WSV, in den Farben rot und blau. Ja, das ist der WSV, und wir unterm Bauernwand ja, das ist der WSV, in den Farben rot und blau. Ja, das ist der WSV, in den Farben rot und blau. Ja, das ist der WSV, in den Farben rot und blau. Aber als auf eins, das bleibt bestehen, der WSV wird jemals untergehen.